Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu einem neuen Video. Heute blicken wir wieder auf 5 Spieler aus 2. Fußball-Bundesliga, die möglicherweise im aktuellen Transfersommer ihren Verein wechseln und zwar in die Bundesliga gehen. Auch heute habe ich wieder 5 sehr spannende 2. Liga-Spieler gefunden, denen ich diesen Schritt zutraue und natürlich auch dann wiederum Vereine gefunden, wo diese im Sommer spielen könnten. Eure Meinung dazu wie gewohnt mal gerne in die Kommentare und jetzt geht's los mit meinen 5 Transfer-Vorschlägen. Und wir legen los bei einem Spieler, von dem ich im letzten Sommer sehr überrascht war, dass er einen Weg in die 2. Liga zum HSV führte und das ist Mario Vuzkovic. In seinem Heimatland Kroatien wird der Innenverteidiger als Top-Talent gehandelt. Er ist ja auch gerade mal 20 Jahre jung. Der HSV konnte ihn ja vor der Saison für 2 Jahre ausleihen. Bislang auch mit vollem Erfolg. Vuzkovic bildet auch einfach mit Kapitän Schonlau ein bärenstarkes Abwehr-Duo. Die Laie wird ja ab Sommer zum festen Transfer. Man spricht wohl von einer Ablösung umgerechnet von 3 Millionen Euro, die der HSV dann eben zahlen wird. Sollte Hamburg als Relegationsernehmer den Aufstieg aber nicht schaffen, dann glaube ich schon daran, dass Vuzkovic möglicherweise einen Weg in die Bundesliga trotzdem finden wird. Dann halt für einen anderen Verein. Zumindest wenn eben der HSV ihn dann sozusagen nicht halten kann, weil man ihn einfach nicht verkaufen muss, bedingt, weil er schon gut genug ist für die Bundesliga. Denn unabhängig vom HSV-Erfolg muss man als Bundesligist diesen Info da auf dem Zettel haben. Vielleicht nicht zwingend dann für diesen Transfer Sommer, je nachdem was da passiert, aber auf jeden Fall langfristig gesehen. Und deswegen glaube ich auch da sollten Vereine wie Freiburg, Mainz, Frankfurt, Wolfsburg, Vuzkovic auf jeden Fall mal beobachten, weil der Junge ist jetzt schon unglaublich gut und wird auch noch ordentlich besser. Obwohl Hannover 96 mal wieder keine gute Saison gespielt hat, konnte für mich ein Spieler besonders überzeugen. Und das ist Maximilian Bayer. Der Stürmer kommt ja vorwiegend als Rechtsaußen überzeugen und das mit drei Toren wie auch sechs Vorlagen. Keine Überquote, aber für Hannover eine mehr als stabile Quote. Er hat sein Potenzial durchaus zeigen können und deswegen traue ich ihm auch die Bundesliga jetzt schon zu. Aktuell sieht es zwar eher danach aus, dass Hannover mit Hoffenheim erneut eine Ausleihe aushandeln wird, denn die liefe eigentlich jetzt aus. Mit seinen Fähigkeiten gibt es aber auch sicherlich schon Bundesligisten, die jetzt zuschlagen sollten. Bedingt allein dadurch, dass Sebastian Hoeneß nicht mehr TSG-Trainer ist, könnte vielleicht auch nochmal eine Wendung reinkommen. Vielleicht möchte ja der neue Coach auch auf Bayern helfen, wodurch Hannover eh leer ausgeht. Deswegen wäre für mich auch Hoffenheim ein Klub, der Bayern sozusagen noch einen Zettel haben sollte. Aber auch ein Verein wie Schalke, der eine Versteckung für die Offensive sucht. Der FC Augsburg, der immer wieder solche Spieler gebrauchen kann. Oder auch der VfB Stuttgart, wo es der Offensiv einen kleinen Umbruch geben könnte. Mammusch wie auch Kralajic werden ja höchstwahrscheinlich den VfB verlassen. Da wäre Platz in Offensive, wodurch dann eben auch Maxi Bayer, der für mich eigentlich schon zu gut ist für Hannover. Nichts ging er an 96, aber ich traue ihm die Bundesliga jetzt schon zu. Ich kann ihn mir schon da gut vorstellen und vor allem bei solchen kleineren Klubs, vor allem auch noch mit einer guten Perspektive, sich als Spieler weiterzuentwickeln. 19 Jahre jung, zentrale Mittelfeldspieler und im Sommer für nicht allzu viel Kohle zu haben. Merlin Röhl bringt ein sehr interessantes Paket mit. Der Spieler hat bei Ingolstadt eine gute erste Zweitligasaison gespielt, auch wenn der FCI ja relativ chancenlos abgestiegen ist. So wäre der Sprung in die Bundesliga durchaus groß. Röhl besticht aber schon jetzt durch ein richtig gutes Dribbling und eine enge Ballführung. Also durchaus mit einer Technik, der ja auch jetzt schon in der Bundesliga funktionieren kann, mit der er jetzt schon klarkommen wird. Und wiederum braucht er natürlich auch einen Verein, der ihm Zeit gibt, sich zu entwickeln. Trotzdem, Merlin Röhl, ein Spieler, den ich als Bundesligist auf dem Zettel haben würde, jetzt im Sommer. Sehe ich da vor allen Dingen Werder Bremen und den FSR Mainz 05 als spannende Kandidaten, um dazu zu schlagen. Vielleicht auch größere Vereine, die da mal erstmal verleihen. Aber vor allen Dingen Werder und Mainz, wo Mittelfeld ja vielleicht auch ein bisschen was passieren wird, könnten einen Platz frei haben, um so einen jungen Spieler die Chance in der Bundesliga zu geben. Sucht ein Bundesligist einen neuen Innenverteidiger, muss man neben Mario Wuskowitsch auf jeden Fall auch Patrick Pfeiffer auf dem Zettel haben. 22 Jahre jung, mit Darm schon eine tolle Saison gespielt, aber eben knapp beim Aufstieg gescheitert. Trotzdem kann Pfeifers Weg in die Bundesliga führen mit einer unglaublichen Physis. Zweikampf und Kopfballstärke, einem guten Tempo bringt auch schon jetzt Qualitäten mit, um den Weg in die Bundesliga zu gehen. Meine Vereinsvorschläge sind hier zum einen die beiden Aufsteiger, Schalke und Bremen. Zwar ist man da aktuell in der Innenverteidigung gut aufgestellt, aber sollte es da noch weitere Abgänge geben, muss da sicherlich noch Verstärkungen her. Und Pfeiffer wäre dann ein sehr, sehr guter und spannender Kandidat. Aber auch noch zwei andere Bundesligisten habe ich da mir rausgesucht, die passen könnten. Zum einen Mainz 05, wo sich ein bisschen was verändern wird. Man hat mit Niakate und Sajust zwei starke Innenverteidiger. Sajust ist schon weg, Niakate könnte folgen. Leitsch wird kommen, ist aber denke ich eher sogar als Ersatz für Niakate eingeplant. Sajust könnte man dann mit Pfeiffer perfekt ersetzen. Wäre für mich der wahrscheinlichste Deal sogar bei diesem möglichen Verein. Aber auch Bochum könnte Pfeiffer auf dem Zettel haben, denn da ist ja Leitsch, wie gesagt, schon nach Mainz gegangen. Auch Belakotschab könnte noch gehen, da würde Pfeiffer auch perfekt reinpassen. Für den Innenverteidiger gibt es auf jeden Fall einen Markt und vor allem diese vier Klubs sollten ihn auf dem Zettel haben. Nachdem wir nun vier sozusagen Talente gefunden haben, also eher junge Spieler, dessen Weg in die Bundesliga führen könnte, bedingt durch ihre Entwicklung, durch ihre Weiterentwicklung vor allen Dingen auch, gibt es aber auch einen Spieler, der sich mit 26 Jahren erst jetzt so richtig durchgesetzt hat und erst recht jetzt so richtig überzeugen konnte. Und das ist Tobias Mohr. Der Linksaußen bei der SFC Heidenheim hat mit acht Toren und sieben Vorlagen eine überragende Saison gespielt und sein Vertrag läuft auch nur noch ein weiteres Jahr. Ablösetechnisch wäre das wohl ein Deal zwischen einer und zwei Millionen, also durchaus überschaubar. Mohr kann die ganze linke Seite beackern und das macht ihn vor allem so interessant, überzeugt durch Tempo und Physis, eine richtig guten Zweikampfstärke für einen Mittelfeldspieler und auch blitzgescheite Flanken. Also mit Mohr kriegst du einen Linksfuß, der dir wirklich auf links so viele Elemente ins Spiel reinbringt, das ist schon der absolute Wahnsinn. Mohr ist ein Spielstarter, ja, aber er ist auch bereit für die erste Liga. Deswegen überrascht es auch nicht, dass es da schon erste Gerüchte gab. Zum einen um Schalke die Verstärkung für die Flügel suchen, da kann ich mir Mohr schon sehr, sehr gut vorstellen, aber auch bei Union Berlin. Vor allen Dingen durch die Flexibilität könnte Mohr bei Union auch mal als Schienenspieler funktionieren oder eben auch eine Position weiter vorne, also auch da durchaus ein interessanter Klub. Aber auch Stuttgart, Augsburg, die immer wieder bei solchen Spielern zuschlagen, kann ich mir gut vorstellen. Beim VfB, wie vorhin schon angerissen, wird sich offensiv ein bisschen was ändern. Dann Augsburg hat solche Spieler, glaube ich, eben auf dem Zettel und da könnte Tobias Mohr auch schon eine Verstärkung sein für die Spieler, die man da ohnehin schon hat. Also, der Zweitligamarkt gibt dieses Jahr unglaublich viel her. Es gibt noch mal mehr als diese fünf Spieler, die interessant sind für Bundesligisten. Ich habe ja auch schon im Video zuvor schon mal fünf andere aufgezeigt. Ich hoffe, auch diese Runde hat euch wieder ganz gut gefallen. Ich werde auch demnächst nochmal fünf Spieler aus der Eredevise, zum Beispiel aus Holland, euch ja mitbringen, denen ich in der Bundesliga den Weg zutrauen würde oder auch aus ganz anderen Ligen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und natürlich gibt es auch die nächsten Tage wieder klassische fünf Transfers für Videos. Aber ich mag es auch zwischendurch so ein paar Sonderfolge sozusagen einzustreuen mit fünf Positionen, fünf Trainer oder eben auch fünf Spieler aus einer Liga für die Bundesliga. Und deswegen schreibt dazu mal gerne eure Meinung unten rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.